Das legendäre Pariser Varieté-Theater Moulin Rouge hat sein bekanntes Wahrzeichen verloren. Die Flügel der roten Windmühle auf dem Dach sind in der Nacht zum Donnerstag herabgestürzt. Wir haben heute Morgen, wie viele andere auch, sehen müssen, dass das Windmühlenrad auf den Boulevard gefallen ist. Kurz vor zwei Uhr nachts gab es nach und viel auf die Straße, die zu dieser Zeit glücklicherweise menschenleer war. Wir sind heute Morgen besonders erleichtert, dass es keine Verletzten gab. Das ist alles, was ich zu dem Vorfall der vergangenen Nacht berichten kann. Die herabstürzenden Flügel rissen drei Buchstaben der Leuchtreklame auf dem Dach des Moulin Rouge mit sich. Eine Anwohnerin zeigte sich geschockt. Ich habe es im Radio gehört. Da ich nebenan wohne, wollte ich mir das mit meinen eigenen Augen ansehen und es ist wirklich sehr traurig. Es ist nicht mehr das Moulin Rouge. Es hat seine Segel verloren und damit hat es auch seine Seele verloren. Die Ursache des Vorfalls sei noch vollkommen unklar, sagte der Pariser Polizeipräfekt am Morgen. Die Umgebung wurde abgesperrt und Experten untersuchen den Vorfall. Zudem soll die Sicherheit des auch bei vielen Touristen sehr beliebten Varieté-Theaters gründlich geprüft werden.